Gute Idee, da zurück runterzukommen? Ich weiß nicht, ob das hier eine gute Idee ist, Schied. Ich würde, wenn dann... Ich glaube, wenn wir rechts lang fahren, klappt das am besten. Du meinst links lang, oder? Nee, ich mein rechts lang. Über den kleinen Hügel darüber. Du bist sehr optimistisch. Ich meine, ich bin an der Stelle schon vorbei, wo ihr jetzt gerade seid. Gesehen, wo ihr seid. Ich bin schon... ein Stückchen weit da vorne. Auf zu faseln! Ja, okay, links lang ist besser. Was sind denn jetzt die Bohrer an? Ach, jetzt bohrst du dich da durch, oder was? Aber, ihr habt's fast geschafft. Ihr habt's fast geschafft. Danach wird's flacher. Wir bohren uns einfach durch. Ich glaube, ein bisschen höher klappen die Bohrer, oder? Ja. Ja, so. Das sieht gut aus. So fahren wir mehr oder weniger gerade. Also sollten wir das irgendwann nochmal machen, dann ist so eine... Also erstens, denke ich mal, ist vielleicht die Sache mit dem Anhänger nicht so gut. Aber die Sache mit den Bohrern dafür umso mehr. Gubi könnte ja theoretisch den Anhänger anmupfen und weg. Ja. Ja, könnte er machen. Hast du gehört, Gubi? Du holst den Anhänger mit dem Magnetfuß und transportierst ihn ab. Okay. Hier seid ihr, okay. Ich weiß nicht, ob das zu schwer ist. Ausprobieren. Interessant. Boah, dann hätten wir ja eigentlich auch ein enorm großes Flugzeug bauen können und damit rüberfliegen können. Das ist die zweite Phase. Also wie du sagtest, wenn's nicht klappt, bauen wir einfach einen großen Flieger. Also einen großen Flieger, keinen kleinen. Transportflugzeug und landen dann auf dem Eis. Sag ich euch jetzt schon, ich flieg das Ding nicht. Warum? Ich auch nicht. Keine Sorge, das mach ich. Oh nein. Wir haben den Anhänger verloren, oder wurde er abgekoppelt? Nein, das... Den habt ihr verloren. Äh, warum haben wir den Anhänger verloren? Warte, haben wir den abgekoppelt, warum... Es sieht aus, als ob er abgekoppelt wäre, ja. Ich glaub, das war Absicht, oder? Ja. Ja. Das funktioniert jetzt. Das ist besser. Ich glaub, ein bisschen höher bohren. Oder müsst ihr noch ein bisschen durchbohren? Bis ihr da wieder rauskommt. Ich glaub, noch höher. Oh Gott, wo geht's denn hin? Hm... Da dürft ihr noch ein Weichen bohren, wenn ihr da wieder rauskommen wollt. Soll ich einen GPS-Marker setzen? Ich geh mal gucken. Ja. Setz mal. Nein. Ich sag mal. Oh nö, so weit ist das nicht. Das geht doch. Das geht doch. Dann haben wir also innerhalb von zwei Stunden knapp zehn Kilometer geschaffen. Ja. Ich sag mal hin. Ich sag mal hin. Das ist zu steil, da kommst du nie im Leben, in dem Leben einen Anhänger durch. Ich hab doch gar keinen Anhänger dran. Wir müssen einen Anhänger dann nachher gleich mitnehmen. Gubi holt ihn doch ab. Gubi, ich schieb den allein hoch. Hast du gehört, Gubi? Wir haben den Anhänger hier gelassen, weil du den abholst. Okay. Weiß denn, Gubi, wo der Anhänger ist? Hat einer ein GPS-Signal auf das Ding gesetzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Guck an, wo Bebeimung ist, dann weiß ich, wo wir sind. Und da ist der Anhänger auch. Bist du unterwegs, Gubi? Ne, ich bin wie gesagt auch noch an der Station, mal ein Ding hier reparieren. Dann setz da mal einen Marker. Ich setz da mal einen Marker. Ich setz mal hier einen Anhänger, ja? Also Anhänger. Ich bin rausgeflogen. Ja. GPS, äh, neu aus aktueller Position. Das Fahrzeug steht allerdings. Wo soll ich dir bleiben? Wir bringen den Anhänger, wenn das kloppt. Anhänger, nein, ich gucke gleich zum See, oder? Ja. Der Anhänger blockiert uns nur. So, ich hab den Anhänger, warte mal, in die Zwischenanlage kopieren. So, Gubi, da ist er. Hast du gekriegt? Guck mal. Anhänger, gell? Ja. Oh Gott, was macht er? Bist du wieder da, äh, Sinus? Ich bin wieder da. Das sieht sehr gruselig aus. Soll ich schieben? Wenn der Anhänger an der Stehenblatt kann ich ja auch nur noch ein bisschen... Dein Fahrzeug existiert noch, ja? Ja, klar, das parkt vorne und ich warte nur auf euch. Das ist der... Überraschend gut rückwärts runtergekommen. Der bekloppteste Roadtrip aller Zeiten. Dann mach ich mir mal vorbeizieinbar noch mal zwei Triebwerke nach oben dran. Nee, das Fahrzeug steht ganz schlecht. Für den Anhänger, vielleicht bringt das ja ein bisschen mehr. Ist das ein sehr schwerer Anhänger? Ja, das sind halt drei Container, ne? Kannst du da einen Sitz anbringen noch, äh, außen, damit ich da... Dann warte ich nämlich hier und fliege bei dir mit. Ich würde das gerne mal... Soll ich den Bauern wegmachen oder kommst du vorbei? Ich würde hier rechts runter, obwohl, nee, lieber nicht. Bleib lieber oben, bleib lieber oben. Bleib lieber oben. Wann fliegst du ungefähr los, Gubi? Äh, ich muss die Akkus noch eben ein bisschen laden. Aber gut, dann fertig schweißen und umtieren den Sitz dran. Gute Frage. Also, die erste... Der erste Roadtrip hat nach... Lass mal kurz gucken. Hat nach knapp 13 Kilometer ein Ende gefunden. Sinus hat gesagt, ungefähr ein Fünftel. 20 Prozent haben wir also geschafft. Haben dabei... Ein großes Fahrzeug. Die Hälfte unserer Materialien oder vielleicht sogar zwei Drittel der Materialien verloren. Äh, unser Anhänger steht da weiter hinten. Den muss Gubi irgendwann abholen. Ich hoffe, da kriegen wir noch ein paar Sachen mit. Äh, die nächste Planung ist folgende. Wir kehren, äh, schmachvoll, aber doch weiser zurück zu unserer Basis. Und bauen wesentlich bessere Bodenfahrzeuge. Redbeard sagt, er hat schon eine Idee. Das gruselt mich. Ähm. Genau. Und dazu die Musik jetzt. Warte mal, die kannst du anschmeißen, wenn Gubi uns einsammelt. Wo ist denn, Gubi? Wo ist denn, Gubi? Wirst du eigentlich bald hier sein, oder? Ein halb Kilometer. Ah, da oben ist er. Habt ihr einen GPS-Punkt gesetzt oder? Ne, der sieht uns ja. Der hat eine... Wir haben ja eine Antenne. Ich habe ja auch noch ein Fahrzeug. Das wird wahrscheinlich irgendwann leer laufen. Also, wendlich sechs Signale hier bei euch. Ja, der kommt da. Ich habe mein Fahrzeug mal komplett ausgestellt. Wie eine Bombe. So, der Rettung-Gubi kommt. Was für ein Enemy? Was? Nein! Wir werden angegriffen. So, das fehlt jetzt noch. Von wem denn? Ach, Quatsch. Groß Alarm. Da spielt jemand mit der Saunanlage rum. So, da ist der Gubi. Na, dann hol uns mal mit. Wie geht das jetzt? Wenn er es mit dem Shifting hochkriegt. Wenn er den Bus nicht hochkriegt, glaube ich, dann kriegt er auch den... Dann kriegt er die Container erst recht. Das sind 30 Tonnen. Ach, das ist ja einfach. Ich werde meins eigentlich. Das geht ja, mein Fahrzeug wird 200 Tonnen schwer. Ja, auch... Gut, maß ist das, glaube ich, oder? So, auch knapp 30 Tonnen bei mir. Wollte er denn? Ich sehe ihn gar nicht. So weit kann ich nicht mehr rauszoomen. Ah, da ist er. Oben drüber. Das Ding soll uns hochheben, ja? Ja, da habe ich nämlich auch mal in Zweifel. Ah, na gut. Wir werden es... Das Ding sieht kleiner aus als das Fahrzeug selber. Ich meine, zur Not können wir die Bohrer abschweißen, oder? Ne, egal. Ich werde dir was sagen. Die nach unten gerichteten Triebwerke werden den Bus erstmal grillen. Viel Spaß am Sterben da unten. Oh Gott. Vielleicht ein bisschen vorne ansetzen, damit die Triebwerke möglichst... Ja, genau. Das ist jetzt sehr gut. Verstehe ich euch besonders gut. Ja, bloß nicht... Bloß nicht in Waage halten, das Ding. Gleichgewicht ist was für Luschen. Also ich mache mir da gerade etwas Sorgen. Ach was, das funktioniert schon. Ich schaue mir das eh bloß von außen an. So viel Sorgen soll man natürlich gar nicht immer machen. Genau. So, Angst dran. Das sieht doch gut aus. Juhu! Okay, also hoch kam er schon mal. Mal gucken, ob er auch lenken kann. Oh Gott. Wir fliegen. Wir lenken. Aber jetzt in die nahe Basis, ne? Nicht in die entfernte. Und vor allem eines noch. Die P-Taste ist ab sofort verboten. Wow! Ah, jetzt wenn man die P-Taste drückt, kann doch nichts passieren. Ja, man hat es bei dir auch gesehen. Wird gesagt. Sonst haben wir gleich eine Busbombe. Schau, wir sind unterwegs nach Hause. Inklusive Passagiere. Noch nicht. Schmachvoll. Da musst du nur noch Balmung und den Container abholen, Goopy. Sorry. He 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 he. Ich fahre schon mal ein Stückchen zurück. Goopy kann laufen. Bisher seid ihr ja noch nicht wegbewegt. Ich stehe immer noch da. Im Moment dreht er sich noch wild. Ich weiß nur nicht wohin. Ja, ich muss mich umdrehen. Und dann funktioniert es gerade nicht so gut. Ja, hinter dir ist es... Mach das mal mit der Pfeiltaste. Ja, eine Flick hat einen großen Bogen. Das geht auch. Das ist aber die falsche Richtung. Oh, Himmel. Oh, Himmel. Ah, du machst das. Kommt mir das nur so vor? Da haben wir Schieflage. Ja, wir haben Schieflage. Nicht zu schief, aber nicht zu schief. Sonst schürzt er ab. Du hast ja eben schon fast in die richtige Richtung geguckt. Im Moment stimmt. Ja, ja, du, ich musste zurück, weil ich kann den nicht ausgleichen, warum auch immer. In dem Hin und Her. Oder die, die, die... Wolf, ich bin im Gewicht. Die Ausrichtung. Das liegt wahrscheinlich genau hinter uns, ne? Soweit ich sagen kann. Ja, hinter uns. Wir müssen Gewicht abwerfen. Wolf, ich springe ab. Musse abwerfen. So, jetzt hast du... Jetzt hat zumindest die Richtung halbweg richtig aus. Echt? Nur noch ein bisschen weiter rechts. Im Moment hebt er eigentlich nur nach oben ab, oder? Ja. Ja, momentan guckt er auch in die neue Basis. Gleich wieder. Ich versuche gerade hier rauszufinden, wohin ich gucke. Du musst dich quasi jetzt einmal nach links drehen. Ja, ja. Nur ein Stück. Ja, nur ein Stück. Ja, ja. Ja, jetzt guckst du fast in die Richtung. Ja, ich glaube, jetzt guckst du... Jetzt ist richtig. Jetzt und jetzt schub nach vorne. Nein. Spacecraft fully functional. Genau. Du kannst uns ja dann einfach mal... Also laut der Anzeige könnte ich noch gut 30 Tonnen mehr. Also das sieht doch schon mal gut aus. Was hören wir denn da für komische Musik? Nur wie gesagt, mit den Triebwerken da unten, wie gesagt. Da bin ich wirklich ein bisschen... Ja. Oder irgendwas qualmt da auch ein bisschen. Ich glaube, das sind wir. Bin mir nicht sicher, ob du das bist. Gut ruhig für den Tag werden. Ist die Richtung denn richtig so? Ja, ja. Das sieht gut aus. Das sieht alles perfekt aus. Ja, weil ich die größten Zeit abgeschaltet habe. Weil jetzt immer zu viele waren. Sag mal, bin ich der Einzelne, der hier gerade irgendwelche irischen Chansons hört? Vermutlich ja. Okay, dann habe ich wahrscheinlich... Ah, los. So, sieben Kilometer noch. Hälfte haben wir. Nee, ich will auch irgendwas, ja. Gibt doch wieder eine... Gibt doch wieder eine Copyright-Strike von YouTube. Pfff. Was hast du denn vor, Redbird? Erzähl mal. Äh, das wäre... Wenn man es genau nimmt... So ziemlich das gleiche Fahrzeug wie vorher, bloß größer. Noch größer. Alles klar. Dann muss ich mit dem Antrieb... Mit dem Antrieb rumprobieren. Wie die Reifen in den Westen... Antrieb haben. Oder den meisten Schlupf oder was auch immer. Ja, also das mit der Reibung und den 100% war schon gut. Ja, ja, ja. Ich hätte, glaube ich, die Leistung ein bisschen erhöhen müssen. Dann hätte es, glaube ich, besser geklappt. So, jetzt ist es nur noch runter. Kann das sein? Ja, genau. Wollte ich gerade sagen. Ich bin noch viel zu hoch. Schön langsam. Wenn die Passagiere langsam umkippen, dann weißt du, dass du sehr hoch bist. Ja, ja. Es geht runter. Es ist normal. Ja, wir sind ja da, oder? Sind wir da? Äh, wir sind da. 1,5 Kilometer. Juhu. Home, Suite Hall. Arik, steh jetzt auf und guck mal hier raus. Oh, die Tür ist ja offen. Mensch, wer macht denn sowas? Hier ist ein Loch. Wer macht denn sowas? Das Loch war schon frei. Wo ist die Station denn? Ich seh die jetzt gar nicht. Da, rechts schon. Unter uns. Ja. Wirklich auch nicht, aber wir müssten eigentlich so gut wie da sein. Ach, da ist es, oder? Nee. Doch, da. Ja, ich muss noch ein bisschen langsamer runter, um dann abzufangen. Ach, wir sind wieder, wir sind wieder zu Hause, wie schön. Also, die Biene ist noch da, so ein bisschen kaputt. Jetzt wird sich auch beinahe vergessen, mein Jetpack anzumachen. Wo seid ihr denn? Also, wo ist unser Bus? Genau, 250 Meter entfernt. Ach, da kommt er. Auf so einen Pet absetzen oder einfach den Boden? Wo wird es denn den Namen? Ja, am besten irgendwo auf dem Boden. Vom Pet kommt er nicht mehr runter. Ja, wohl doch. Ich wollte schon gehen. Mit ein bisschen Schwung. Unglaublich. Aber ich bin mal mit dem Fahrzeug zufrieden. Es hat sogar bewiesen, dass es führerlos den Berg runterholen kann. Und dass das passiert. Sogar besser als mit Fahrer. Wer weiß, wer weiß. Gut, ich saß ja immer noch drin. Ich war nun nicht mehr ganz connected. Da ist der Bus. Absetzen. Ja, perfekt. Schon klar. Jetzt noch den Container und dann sind wir komplett. Dann sind wir Anhänger noch, ne? Ja. Anhänger oder Anhänger 2 oder hier bin ich. Kannst du ja aussuchen. Naja. Ich guck mal. Hui. Achso. Naja, also beim Gleichgewicht muss ich bei mir noch was basteln. Container in der Mitte. Ansonsten. So, auf ein neues. Dann machen wir den nächsten Fahrtermin. Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen. Wir müssen jetzt ja erstmal wieder Rohstoffe sammeln. Ne, so viel sind gar nicht. Also hier Eisen müssen wir noch tonnenweise haben. Eisen haben wir noch in Massen, ja. Also wir haben noch. Eigentlich auch. Ich sag mal kurz, Kobalt haben wir noch 30k. Ist auch eine gute Menge. Eisen haben wir 109k. Kann man auch in der Weile von Asen. Und vergesst nicht, wir haben ja auch noch die zwei großen Container da noch rumstehen. Ja. Die müsste man eigentlich auch noch einsammeln, ne? Ja. Hm. Also so schlimm ist es nicht. Vielleicht nochmal ein, zwei Bohrfahrzeuge bauen und dann bauen wie die, äh, bauen wie die Bekloppt kommen. Kopi muss noch mein, äh, mein Raumschiff, äh, abholen. Was ist die Batterie leer denn? Wo steht das denn? Bei der Basis. Okay. Der arme Gubi. Okay, ich hab den Tunnel gefunden. Musst die ganze Zeit hin und her fliegen. Ich hab den Tunnel eingang gefunden. Lieg erstmal wieder auf dem Dach. So, welche, was haben wir auf der Verlustseite? Redbeards großes Fahrzeug. Mein, äh. Einfach alles. Mein Weltraumflieger. Die halbe Biene. Die halbe Biene. Der Container. Der Container. Die war ja komplett zerlegt. Ja. Der Container ist ja gerade unterwegs. Ach, wo ist eigentlich von dem Bus die, die, äh, die Verlängerung? Die Anhängerverlängerung. Die haben wir weggeschweißt. Ah, nee, hat halt wahr. Achso. Und wir dachten, wenn wir... Hä, wie ist es zum... Wie ist es zum Geier? Und Beallbung, wir mussten ihn zurücklassen. Okay, jetzt hast du bei mir noch Ben gemacht. Was machst du? War, glaub ich, der Intercontainer. Was hat bei dir Peng gemacht? Irgendwas hat es bei mir jetzt gerade Peng gemacht und ist kaputt gegangen. Peng hat es explodiert da bei ihm. Ach, das war nur die Hinterheckklappe, die ich da dran gemacht hatte, glaube ich. Aber warum liegt da eine Hand hier rum und Scrap und... Hast du den Container gefunden, Gooby? Ja, ja. Ach, nee. Vergiss es, der Container ist wutsch. Ich habe meinen Projektor noch an. Ah, die Biene ist komplett zerstört, oder? Ja, halb so, wie ich das gesehen habe. Die war nicht reparierbar. Die haben wir komplett zerlegt. Ach, komplett weg. Wo hier nämlich nur eine halbe Biene steht. Die hat es extrem zerlegt gehabt. Da steht eine halbe Biene, weil Direx sie schon einen halb Viter aufgebaut hat. Ach so, bei mir gefällst du jetzt durch das Loch durch und reißt den Anhänger mit, oder? Auf der Projektor hier. Was? Kommst du jetzt durch den Schach durchgefallen und reißt alles mit, was hier unten steht, oder kann ich das Ding aufheben jetzt? Ich muss mein Partner jetzt erstmal wieder umdrehen. Wie, ist er bei dem Container, oder was macht er da? In dem Loch, was da in der Wand ist, in dem Berg. Irgendwo da sehe ich, dass sich da irgendwas bewegt. Hol erstmal den Container. Ja, ja, nur ich will vermeiden, dass ich jetzt gerade, wenn ich da unten versuche, den anzuheben, weil der kommt da nämlich runtergerollt. Dass der mich mit quergerollt in einer anderen. Nicht mit den Rädern, sondern quer, so der Längsang. Oh Gott, warte mal, wo ist denn meine... Weil dieser blöde Schacht leider viel zu tief ist. Ich traue mich da nicht runter, ne? Weil ich kenne mich bei meinem Glück, will ich mich jetzt... Ja, da kommt dann nämlich jetzt. Bleibt da auch nicht stehen und verhandelt, Moment. Nein, nein, das ist unser Verhandeln. Ja, okay. Das wäre ja zu einfach. Ich wollte das Fahrzeug erst sichern, jetzt kannst du machen. Ich stehe, ich stehe geparkt. Ja, ich stehe geparkt. Und auch richtig rum, ich kann nicht direkt auffahren. Bist du sicher? Ja. Da passiert nichts mehr. Die steile Stelle am Tunnel habe ich hinter mir. Und die Stelle war wirklich viel zu steil. So. Hat der Wagen rauszufahren? Und der Hänger hat mich hochgenommen, aber... Ja, ich wollte jetzt nochmal absetzen. Ja, nochmal absetzen, das Ding, auf der geraden Fläche. Bist du den Hänger nochmal absetzen? Findest du hier eine gerade Fläche? Ich weiß es nicht, hier unter mir. Ja, dann setzt du dich nochmal ab, dann warte ich. Dann warte ich noch hier. Aber dann rollt der wahrscheinlich weg, oder? Komm, Arschleck.